Hallo Leute, hier ist Armin Staudt mit einem Photoshop Tutorial. Heute geht es schon wieder um das Thema Aktionen und zwar um ein ganz komisches Thema. Wie kann ich eigentlich eine Aktion aufzeichnen und es erreichen, dass ich die auch mehrfach ablaufen lassen kann in einem Dokument. Zum Beispiel eine Frequenztrennung oder so. Warum soll man nicht drei, viermal eine Frequenztrennung ablaufen lassen? Weil man einfach verschiedene Stellen retuschieren möchte mit verschiedenen Einstellungen von den Filtern. Und ich will euch zeigen, wie man das machen kann, ohne dass es Konflikte gibt. Und zwar ist dieser Trick diesmal nicht von mir, sondern der ist von Rick Maschke. Den hat er mir letztens verraten, hat aber auch dazu gesagt, dass er selber dazu keinen Film plant, kein Tutorial plant und ich könne das machen. Und wenn der Rick zu mir sagt, ich soll das machen, dann mache ich das auch und jetzt zeige ich euch das mal. Also wir lassen jetzt einfach mal eine ganz einfache Form der Frequenztrennung ablaufen, ohne Dialoge und so. Hier wird nur folgendes gemacht, zwei Ebenen erzeugt. Da sind Filter drauf. Die haben Namen, die Ebenen. Ja, das ist jetzt das Thema. Heute geht es um Namen. Also die haben diese drei Namen. Jetzt mache ich die Gruppe zu, weil es ist klar, wenn ich die aufhabe und jetzt eine Aktion ablaufen lasse, dann wird ja sowieso das, was in der neuen Aktion erzeugt wird, hier innen drin erzeugt. Deswegen muss ich natürlich immer, wenn die oberste Ebene eine Gruppe ist, die schließen und lasse diese Aktion nochmal ablaufen. Aber pass mal auf, jetzt machen wir noch einen Trick. Den kennt ihr bestimmt auch noch nicht. Ich will nämlich jetzt testen, wo die neuen Ebenen entstehen und deswegen mache ich die alten Ebenen grün. Und das stört sich nicht, weil die Aktion, die überprüft nicht, ob eine Ebene grün oder lila ist, sondern die überprüft quasi nur die Namen. Und jetzt lassen wir das Ganze nochmal neu ablaufen. Und ihr seht, dass das jetzt anders aussieht. Ich habe jetzt hier oben keinen Ordner erhalten, sondern die zwei Ebenen. Das ist korrekt. Aber bei der Ebene hier fehlt zum Beispiel der Gausche-Weichzeichner. Und hier unten ist eine neue Gruppe entstanden. Und zwar kann ich jetzt leider nicht verstellen, welches die neue Gruppe ist, weil die nämlich beide grünen sind, komischerweise. Und der Gausche-Weichzeichner, der oben fehlt, der ist jetzt da unten doppelt dran. Das ist natürlich ein absoluter Super-GAU, weil stellt euch vor, ihr habt jetzt hier schon daran gearbeitet. Also eine Retusche gemacht, eine Maske gemacht, die Filter eingestellt. Und jetzt wisst ihr ja nicht, was Sache ist. Stellt euch vor, das ist jetzt nicht so eine einfache Aktion mit zwei Ebenen, wo ich das vielleicht händisch hier noch irgendwie hinkriege, sondern eine Aktion, die wirklich viele Ebenen erzeugt und viele Ordner. Und da blickt ihr dann nicht mehr durch. Das heißt, das ist der Grund, warum in vielen meinen Aktionen vorne erstmal ein Schnappschuss erzeugt wird. Und dann kann ich nämlich, wenn so ein Chaos mal entsteht versehentlich, kann ich auch wieder zurückgehen. So, das mache ich jetzt auch, aber nicht wegen der Aktion, sondern weil ich mir vorher einen aufgenommen habe, damit ich euch das jetzt hier einfacher und schneller zeigen kann. So, wir machen jetzt mal eine neue Aktion. Ein Set, das heißt einfach Namen, weil jetzt geht es ja quasi um Namen. Und eine Aktion, die heißt auch Namen. Und jetzt stellen wir das Ganze nochmal nach, bevor wir das dann richtig machen und ich euch den Trick zeige. Also, wir erzeugen einfach mal zwei Ebenen. Die erste Ebene, die heißt 1 und die zweite Ebene, die heißt 2. Dann halte ich die Shift-Taste gedrückt, markiere die beiden Ebenen. Mit Fehl und G erzeuge ich eine Gruppe und die heißt jetzt Namen. So, das war es schon. Auch hier werde ich die jetzt mal farbig markieren, wo das eigentlich überflüssig ist, aber es ist eigentlich ein cooler Trick. So, ich mache die Gruppe wieder zu und lasse die Aktion quasi das zweite Mal ablaufen. Und ihr seht gleich, dass hier oben die Gruppe die Farbe verloren hat. Das ist nämlich unsere neue und dass die jetzt hier so komisch verschachtelt sind. So, wie kann man das jetzt umgehen? Oh, wie kann man vor allen Dingen umgehen, dass man das hier nicht richtig löscht? Nochmal, also, auf den Papierkorb mit dir. Wir machen das Ganze nochmal neu. So, ich lösche mal die ganzen Befehle und zeichne neu auf. So, pass auf. Ich erzeuge eine Ebene und gebe dir einen Namen und der Name ist jetzt aber nicht 1, sondern A1. Das ist quasi mein Arbeitsname. Dann kommt noch eine neue Ebene und die heißt jetzt A2. Shift-Taste gehalten, Befehl und G und die heißt jetzt A-Name. So, das war es schon. Ne, das war es noch nicht. Weil das ist jetzt im Grunde genau dasselbe, was wir eben gemacht haben, nur eben mit anderen Namen. Wenn ich jetzt aber die Namen nachträglich ändere auf die, die sie eigentlich haben sollen, nämlich auf Name, auf 2 und auf 1, dann kann ich die Aktion so oft ablaufen lassen, wie ich will, ohne dass hier jemals irgendein Unfall passiert. Machen wir das doch mal. Also, ich lasse die ablaufen. Ich habe korrekte Ebenen, 1, 2 Name, so sollen die heißen. Mach den Ordner zu. Und jetzt stapeln die sich. Oder? Habt ihr das schon verstanden, warum? Also, wenn ich die Aktion ablaufen lasse und die Ebenen erzeugt werden, dann werden hier Ebenen erzeugt, die heißen A1, A2 und A Name. Wenn ich jetzt aber hier schon einen Ordner habe oder eine Gruppe habe mit diesen Ebenen, dann stören die sich nicht, weil die ja unterschiedliche Namen haben. Also, während ich die Ebenen und die Gruppen erzeuge, haben die anderen Namen als die, die schon existieren. Und erst im Nachhinein, wenn die schon da sind auf der Festplatte, dann ändere ich die Namen und es gibt keine Konflikte. Wir können die ja mal so ablaufen lassen. Ich brauche ja nur hier die letzten Ebenen, brauche ich ja nur hier auszuschalten. Die letzten Befehle brauche ich ja nur auszuschalten. Gruppe erstellen, aktuelle Ebene einstellen. So, pass auf. So ist die Aktion. In dieser Form, guck mal, A Name. Dann mache ich die auf. A2, A1. So heißt die, wenn die Ebenen entstanden sind. Und erst im Nachhinein, wenn ich die dann hier anmache, diese Befehle, kriegen die die neuen Namen. Und deswegen stört sich das nicht. Und ihr könnt die so lange ablaufen lassen, wie ihr wollt. Da wird es niemals einen Namenskonflikt geben. Vielen Dank, lieber Rick Marschke. Das ist echt ein einfacher Trick. Und die einfachsten Tricks, das sind die genialsten Tricks. Weil die einfach funktionieren und nicht viel Mühe machen. Das heißt, demnächst, wenn ihr mal neue Aktionen aufzeichnet, könnt ihr euch ja mal daran erinnern. Und das dann mit diesen Arbeitsnamen machen. Und erst am Ende der Aktion die richtigen Namen eintragen. Ich finde das super cool, ich werde das in Zukunft so machen. Ich bin da ziemlich begeistert von. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Euer Armin Storz.